So, legen wir los, ähm, Panzer. Panzer hierhin. Du hierhin. Äh, du kommst... Hierhin. Du hierhin, ja. Munitionsblaster. Du hierhin. Äh, du hierhin. Munitionsblaster. Auf den Munitionsblaster. Fahrschütze. Du hierhin. Du kommst hierhin. Ja, du kommst hierhin. Das ist hier. Du wirst langsam... Ja, du musst... ... die gegnerische Artillerie finden. Ja. So. So. Du kommst hierhin. Ja, du kommst hierhin. Ja, du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Ja, du kommst hierhin. Ja, du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Ich bin gespannt, wie wir gehen. Wijlust rhagzeugen. Du kommst hierhin. Ich bin mit dem Modell. Na reizend, na richtig reizend. Hier Panzer, holla wie weit hier. Na reizend, na reizend. Wenn man kein Problem, wird uns RL! Okay. Ok, ich schicke dich mal hier hoch, euch schicke ich hier die Bahn lang, das wird euer Job sein. So, wie schaut's hier oben aus? Ja, der ist auf dem Weg. Ok, los geht's. Wir sind mit der Führung. 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 Naja, das braucht er jetzt eigentlich nicht. Was haben wir denn da auf dem Panzer? 62 verstärkt. Ok. Was kommt da noch zurück? We've lost the administrative building. We've lost the administrative building. We've lost the administrative building. We're losing our workers. Wird auch. Wir haben. Um zuvor. Nein, wir sind bei derhkeihe. Wir werden. Alter Schweder Ok, nicht ohne, was da ist Ok, hat noch Heiler, da kommt noch Das coole ist jetzt zu sehen, was er hier alles hat Wow, hat voll was getroffen Schrauben, wir haben jetzt einen Interbank Wasser, wir haben die Schauspielabhalle Wir haben ein Stundssport gesehen Wir haben den Bedürfnissen Wir haben den Binnen Wir haben den Bedürfnissen Holla die Waldfee, was der da auffährt, ne? Ah, okay, aber das ist schon mal gut zu wissen, was wir hier sehen. Geh' mit uns, auf die Angelegenheit. Geh' mit uns, auf die Italien. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir hier doch einen Panzer herunterschicken, oder? Ja, nicht nur vielleicht, machen wir auch. Weil die Flugbahn scheint ja sehr beliebt zu sein hier. Komm, den siehst du doch, oder? Warum schießt du mit einem MG da drauf? Das ist so doof, um zu treffen. Abgehauen, oder? Ja, das ist abgehauen. Das ist abgehauen. Das ist abgehauen. Da oben sind sie. Komm hier hin. Ach so, wie lange kommt. Naja, ist doch... Hab den gekillt? Okay. Stellung, du gehst auf. Assay, du gehst auf. Ach, du gehst auf. Stellung, du gehst auf. Corps, du gehst auf. Okay. ular. So, komm mal wieder hier hin, also du hier hin, kommst du hier hin, kommst du hier hin. Okay, wir haben es. Ich hätte aber gern die andere Waffe, warum kriege ich die jetzt nicht? Bin ich zu nah dran, könnte sein. Hä? Alter, gib mir doch mal bitte die Waffe. So, warte, ich geh mal komplett in Sicht und hoffe, dass wir es dann hinkriegen. Du hast klare Sicht, Junge, du hast klare Sicht. Okay, da unten ist auch noch was. Das Teil lebt immer noch. Okay. 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 Yes. Okay, andere Richtlungen sind weg. Das erleichtert einiges. Das Ding hier holen wir uns auch noch. Ähm, das kann man... Ah, da hat er versucht. Oh, wow, 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 wow. Okay. Okay, ich will jetzt erst noch hier unten gucken und dann gehen wir da hinten lang. Oh, Alter, gib doch jetzt mal Ruhe. So. So. Akzeptier's. Ja, müssen wir den Panzer hier hochschicken. Dann geht kein Weg von vorbei. Äh, zum Kotzen, ne? Das Götter mal Ruhe gibt. So, wir wissen, dass hier unten noch was ist. Äh, das ist ein Kotzen, ne? Zum Kotzen. Es ist ein khilai, ein Tor zu fangen. Jetzt sind wir hier unten rutscht. In der Regisseur, was er braucht noch was? Wir brauchen eine gute Sauberfläche. Wir brauchen auch eine gute Frage. Wir haben alles gezwert. Wir haben den Regisseur des Unterricht. Wir helfen uns auch, опotions uns. Wir werden uns helfen. genau elo ja 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 Was ist das? Was ist das? Oh, das Ding hat irgendwie Probleme, das Spiel mit gewissen... Ey, ich stehe jetzt direkt nebendran und er sieht es nicht, ne? Alter, warum ziehst du nicht, dass hier was steht? Ich habe es doch gerade gesehen. Total verpackt. Ja, es ist verpackt. Ein übler Bug. Oder weil ich weiß, dass hier was steht jetzt, schicke ich da jetzt was hin. Alter, du willst mich doch jetzt wirklich verarschen, das Spiel, oder? Da unten, im Kartenrand, haben die Einheiten. Im Kartenrand. Ey, wie asozial ist denn bitte das? Wie mies und asozial ist denn das gemacht? Im Kartenrand. Im Kartenrand. Siehst du hier gar nicht. Im Kartenrand drin. Krass, ne? Der steht eigentlich direkt davor. Du siehst den nicht. Boah, Alter, ist das verpackt. Ist das verpackt, oder? Ist das verpackt, oder? Indy, Wayne, Bidna, Fati. Wart hoch. Anstab ich mir in der Meta-Bad. Na, die Verloten, ich bin im Zähnummer. Boah, Alter. Bidna, in drei, in drei. Na, die Verloten. Wünter, im Karten. Den, wir werden hier. ja klar das überlebt du aller schießt er schon fünfmal die hauke voll warum kann ich ja immer wieder truppen da rein schicken der hat doch gar nichts mehr dann werden sie gespammt dann steig aus oh man hör doch auf mir auf den sack zu gehen dann treffen sie nicht mal als hätte der da unten truppen oder aus dem kartenrand kommt da truppen raus wie also das ist ja wohl der mieseste asoziale move aber wir rücken jetzt weiter vor und die arterie ist weg von ihm die ich bin das ist das ist ja das ist das ist das ist das ist das ist das das wir haben Wir haben das Opfer geholfen. Wir haben das Opfer geschaffen. Wir haben das Opfer gewandert. Wir haben die Opfer geholfen. Wir brauchen ein Gebäude. Ich muss da oben das auch räumen. Bevor ich hinten Richtung Stadt gehe, muss ich das räumen. Es wird nicht anders vergehen. Hättest du Benzin? Lass den Benzin. Ja, der braucht Benzin. Du kommst mal raus. Ja, und gehst mal das jetzt hier holen. Das Gebiet hier scheint jetzt gesichert zu sein. Ja, ich denke aber, ich würde hier noch die Kräme räumen. Dann kann ich nämlich hier Truppen reinstellen und sollte dann hier das Gebiet gesichert sein mit ein paar Fahrzeugen oder so. Ähm, wie schaut's denn aus mit... Was hast du denn alles da noch? Na, das passt. Na, es passt. Gehen wir mal gucken was hier ist und dann können wir vielleicht hier noch was machen. Obwohl ich ihn doch lieber in die Stadt mitnehmen würde. Aber er kann hier mal ein bisschen aufräumen machen. Aber gehen wir hier so unten. Gehen wir mal. Gut. Jetzt. Alkohol. 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 So, das können wir später machen. Alkohol. Ah, das eilt jetzt nicht. Schwierende Ruhle! Ich hole noch das nächste Fahrzeug hier. Dann sollten wir hier durch sein. Ja, da ist ja nichts mehr drin. Dann hätten wir hier unten wohl auch alles geräumt. Das da unten ist jetzt ehrlich gesagt uninteressant. so wichtig sind die versorgungslaster hier und die sind gerade gold wert was wir hier mal kurz machen ich gehe mal da rein und gebe mal das hartstorch Das war's. 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 Das ist so schwachsinnig, ne? Es ist so schwachsinnig, dass er das jetzt gesehen hat. Alter, als hattest du mich von hier gesehen. da bewegt dich jetzt sicher als siehst du mich bewegt sich einer bewegt sich doch er kann mich gar nicht sehen der kann mich nicht sehen er kann mich nicht mehr sehen und trotzdem krieg ich es ja er hat gar nichts mehr regt mich total auf es regt mich voll auf weil die berechnung hier komplett scheiße schlecht umgesetzt sind ja klar und die leben immer noch welche hat nichts er hat nichts wieder einheiten aber dass man anders das ist jetzt ein scheiß problem jeder rein ist die haben keinen treibstoff er hat nichts mehr hat null er spammt jetzt einheiten bestimmt das ist so mies es ist echt mies ist einfach mies er wird jetzt einfach gespammt das ist einfach mies auch schwachsinnig dass ich den jetzt da betanken muss das ist was an käse alter was an käse aber bewegt euren scheiß arsch ist noch hier so wir schicken jetzt die schmacht hier hoch Tiber in Verbindung! Auf den Weg! Was sagst du, Alil? Mit deinem Hörer auch ab. Ach, Moment mal, ich hab hier noch... Na ja, euch. Kommt ihr mitten in die Stadt? Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht... oder vielleicht bleib ich sie auch hier. Wie holen wir da mitten in die Stadt? Was wird denn der Stadt hässlich genug? Alter, beweg dich! Richtung Stadt. Richtung Stadt. Hier unten haben wir noch Ersatzpanzer, falls es mal hart auf hart kommt. So, Treibstoff brauchen wir jetzt erstmal keinen. Schwierig, Omer. Mach mal drei Versorgungslasten, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Ja. So, das passt hier. Schuh, Fassel, der Baptist. Rassen in Tassen. Oh, oh, je, ja. Da ist das eine. Rotze hoch 10. Aber... Na gut, wir müssen das ja auch gar nicht halten, ne? Weil anscheinend... ... ... ... ... ... ... ... ... oder könnte da rein aber wäre uninteressant so seid ihr da ja dann würde ich sagen hier bleibt hier zur absicherung hier kommt natürlich mit so du bleibst hier ein scharfschütze bleibt hier ja und das gebiet hier kann erstmal so wenn wir jetzt gleich die stadt wohl angreifen wird er glaube ich ganz andere sorgen haben als sich hier runter noch mal zu wagen gut aber leute ich brauche jetzt mal eine pause das sehen wir beim nächsten mal wieder und dann geht es hier weiter bis dann und ciao ja